Hallo und herzlich willkommen zurück bei Don't Stuff, Reign of Dines, Willow. Und ich habe mir eine Mini-Mod mal runtergeladen im Steam Workshop. Wurde einiges in die Kommentare geschrieben, vielen Dank dafür. Das habe ich nämlich schon erstmal gemacht. Und gegen Verrückt hat hier tatsächlich Blumen sammeln, Blumen pflücken und dieses Ding hier aufhaben, die gar landet, wie auch immer. Und das hilft, ja, das hilft natürlich auch zum Heilen, das ist, ja, aber es ist immer sehr gut für die Zurechnungsfähigkeit. Ja, und Pilze können wir natürlich auch essen, wir können uns, aber wir müssen jetzt nicht kochen. Zumindest einen grünen Pilz kann ich kochen, aber im Moment habe ich da so ein bisschen Bammel vor, allgemein vor Pilzen. So, was ist das hier eigentlich? Extremale Holostar. Was machen die da? Ah, die ist das, ich finde es weiß. Ich will mich gerne schnappen, ne? Oh, hallo, danke. Oh, hallo, was? Da war doch nur einer. Ich lacht hier rum und alles, ey. What is du? Follow the Buzzards. Na was? Buzzards. Oh. Mann, ich soll's nicht so viel Risiko reingehen. Ach, scheiß, ich kann ihn mir mitnehmen. Das weiß ich auch, okay, das weiß ich, das Zeug weg, das Zeug. So, haben's dick. Das kann ich auch nicht tragen, ey. Die Feder kann ich auch nicht tragen. Mann. Ah, ich weiß nicht, was ich mitnehmen soll. Aber eben war das Fleisch. Und das heißt, was ist das hier? Kick-up-wit. Gut, wenn es es ist. Kann ich auch nicht mitnehmen. Ah, wenn ich essen. Aber das ist gut, ich weiß nicht. Ich brauche wenigstens nicht mehr so machen. Ich lass das dann immer so. König Frische. Und das, da ist auch mal was Fieses drin. Sind ja überall. Ich hab' immer noch wieder flinz. Wenn man jemanden spitzeig gemacht hat. Kann ich auch mal vergessen. Ich hab' mich halbisch mal so ein bisschen hier. Eigentlich, weil ich kann ihn, ne? Ich hab' mich halbisch mal so ein bisschen hier. Ich hab' mich mal so schnell gegessen, kann auch sein, ich weiß nicht. Diese Musik. Das ist lustig. Ich hab' mich auch mal so alto. Ich hab' mich so nothin' zu ver trailerern. Ich hab' mich total Gute Tipp! Picatus! Ja, super! Ich wollte ihn auch nicht direkt essen, naja. Das kann man also auch essen, ist auch ganz nett. Gute Tipp! Ich nehm so Flint, guck mal. Ach, so ist's. Das wird so ein paar schwer, du. Das ist auch niedlich, ne? Daaa. So. Schau mal das Fleisch hier drauf. Es ist, guck nicht. Ja. Ohhhh. Ich hab' noch mal rein, ne, oder? Doch. Das ist mir Essen nur. Die kann ich auch noch heißen. Einmal fast mehr, ne? Naja, das ist ja nett. Ich hab' noch mal rein. Es ist ja noch lustig, was du dich hier. Aaaaah, ich schau' dir mal was an. Aaaaah, ich schau' dir mal was an. Aaaaah, aaaaah, aaaaaah, aaaaah. Aaaaaah, aaaaaah, aaaaah, aaaaaah. Aaaaah, aaaaaah, aaaaaah, aaaaaah. Denn ich bin der Willow! Ich bin der Willow! Wieso denn das Wind? Sie wollen Asse, du. Nein, dann pack' ich mal weg, das ist auch alle feier. Alles gut. Platz 4. Ich hoffe, haben wir ja auch nicht. Aber können wir uns den Dings quachen? Nö. Ich hoffe, auch nicht. So, jetzt aber hier. Spitzacke, so. 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 Viel Gras haben wir auch nicht so. Nein, es ist halt. Mann, hier ist auch nicht viel Platz. Wir brauchen einen Rucksack. Also brauchen wir... unsere Steinsmaschine. Also brauchen wir Gold. Und Steine. Ja, das wäre eigentlich am sinnvollsten erstmal. Oder? Hm, kann sein, dass ihr nicht ganz viel Hunger habt? Kriegt ihr auch 150 Hunger? Also... Weiß nicht. Und Zugängsfähigkeit, ich... Ich hab keine Ahnung, was... die anderen alle haben, weiß ich nicht genau. Und eine Pilz kann ich auch nicht mehr mitnehmen. Ist das ja eigentlich auch so, was für ein Hemd oder so, ne? Wer nicht auch immer... irgendwas kaufen? Ich weiß es nicht, aber den lass ich mal, das ist nett, wie ich da. Okay. Dann... Dann hier ist die Spitzacke. Sind die noch mit hier? Was ist los? Du bist aber nicht böse, ne? Das geht nicht rein. Jetzt kann man das auch verschieben. Man kann auch keinen Finger mehr machen, ne? Medium. Ich kann das auch small machen. Small besser. Top left. Top left ist ganz... nice, ne? Oder? Ich weiß es nicht. So vielleicht. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Minimap findet und wie ich sie am besten einstellen soll. Soll ich sie hier oben links machen? Soll ich sie unten rechts machen? Soll ich sie bisschen größer machen? Oder gibt's sonst was? Ja, das könnt ihr mal gerne schreiben. So, man muss ja aufpassen da. Nein! Man muss ja sehr aufpassen! Oh, das kommt! Oh, du! Oh, nee, das ist echt fies hier. Na... Ah, ich kann sie nicht mitnehmen. Scheiße! Hab ich es nämlich, es ist nicht zu halten, mit so zu sagen. Ich bin glücklich mit denen! Genau! Kämpfe. Gingländer! es ist ein Schwerding dass sie mit zu haben aber auch hier noch mehr nicht die Stein erst mal es wird erst mal reichen Mann, die machen das Platz und das Fleisch Scheiße haben wir hier, das haben wir ich weiß auch nicht, was ich denn wegschmeißen soll erst mal aber ich muss es gerne mitnehmen guck ab du es kommt gleich wieder nachts ich kann hier nicht verbrennen ja, hast du das Interesse? guck her ja, hast du das Interesse? guck her oh nein, hat er nicht das verzögert hier alles mitnehmen ich kann jetzt noch alles später raus sammeln Mann, ne Goldstein Steiner, aber Mist alter Simons alter Simons 船 6 ich kann hier es ist opian 3 ja 8 ja 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 toll Mann, ich kann nicht, ich muss abhauen, hallo wieso kann ich das nicht bauen oh nein, nicht genug krass, nein nicht gut das ist krass, ich sehe nichts ich sehe ja wirklich nichts es ist halt komm, pick up das muss ich an die Hand nehmen, scheiße das weiß ich ich brauche noch was das ist grad nicht wo unsere anderen Dinger sind mit anderen Feuer und alles das koch ich mir mal eben und ess es so soll ich das ganze Fleisch reinhauen? ah, naja so, wir brauchen noch mehr Steine, ne aber so, okay ja, dann geht's hier in der nächsten Folge weiter in unserer Willow spannend, spannend, bis dahin bis dahin bis dahin Vielen Dank.